Tauchen Sie in der Italia-Feinkost-Genussscheune in Fulda in eine mediterrane Genusswelt ein und lassen Sie kulinarische Erinnerungen an den letzten Italienurlaub wieder aufleben. Für Ellen und Antonio Pansardi, die Besitzer des Spezialitätengeschäfts, ist es eine Herzensangelegenheit, ihren Kunden die italienische Esskultur und Lebensart näher zu bringen. Das gelingt dem sympathischen Paar auf humorvolle und charmante Weise so gut, dass man aus ganz Deutschland hierher pilgert, um sich von den feinen Delikatessen begeistern zu lassen. Auf den Produkten steht nicht nur Italien drauf, sondern es ist auch zu 100% Italien drin. Dabei gibt es für den gelernten Koch Antonio Pansardi keine Kompromisse. Ob delikate Trüffel, edle Weine und Krabper oder Pasta und Sugo, das und mehr bekommen Sie hier in höchster Qualität und können es auch direkt vor Ort verkosten. Feinkost und Catering Genussscheune – ein echtes Stück Bella Italia mitten in Fulda.